Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, oben ist weg. Ich komm nach oben. Hallo Leute, willkommen zu Heroes of the Storm. Zusammen mit Maddin. Hallo. Ja, das ist erstmal, dass ich hier Heroes of the Storm spiele. Ich hab keine Ahnung, was mich erwartet. Ich spiele irgendeinen Charakter, mit dem man hinten stehen bleiben kann und auf die Gegner ballern kann. Mal sehen, ob ich darin nicht ganz verkacke. Du bist ja Level 2, ne? Also, noch nicht ganz so erfahren. Ich aber eigentlich auch nicht. Okay, was ist diese Map hier? Diese Map hat drei Lanes. Was nehme ich denn hier von? Das war das erste. Und, äh, sagen wir, wir gehen erstmal beide nach unten. Beide nach unten, okay. Ja. Hi, der ist mal ganz entspannt nach unten. Jetzt sind alle unten. Oh mein Gott. Okay, alle nach oben. Okay, nach unten, nach unten, nach unten. Ist Voice-Shit an, sag mal. Oder hören die mit? Hallo? 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 Ist Voice-Shit an? Hallo? Hallo? Hört man mich? Hauptsache alle nur meiner Lanes. Alle nach unten. Ja, warum nicht? Also, Heroes of the Storm ist ein MOBA. Kann sagen, so ähnlich wie Dota. Aber eigentlich auch nicht. Es gibt zum Beispiel kein Shop. Es gibt kein Gold. Es gibt eigentlich nur Level. Und Kills. Und das war's. Genau. Aber das Ziel ist eigentlich an sich gleich. Und die Mechanik auch. Wir müssen ein bisschen Gebäude zerstören. Und am Ende dann, äh, ist das ein Nexus? Ich weiß nicht. Ach, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Es ist sowas ähnliches wie ein Nexus auf jeden Fall. Genau. Großes Gebäude. Viel HP. Hält auch ziemlich viel aus. Oh shit. Ich weiß nicht, wer hier wer ist. Also, wir gehen auf den Großen da. Der ganz wenig HP hat. Oh, ich bin gleich down. Okay, ich geh mal kurz zum Heilsstraff. Nee, ich... Nimm das mal kurz. Ich kann dich ja auch so heilen. Egal. Ach, wir können beide vom Brunnen nehmen. Muss ich bis gerade eben auch nicht. So, so. Wir haben gerade nochmal ein Bot-Game gemacht. Dann müssen wir auch wissen, dass wir hier... Also, ich weiß es immer noch nicht, was man hier macht. Nee. Du läufst hier rum. Greist ein paar Leute an. Genau, drück einfach Rechtsklick und, äh, Knallgas rauf. Am besten ist einfach nicht sterben. Ja. Das kannst du ja so als Regel nehmen. Okay, was ist denn das hier unten? So nah an Schreinrücken. Das kannst du einnehmen, dann hast du hier Sicht auf die Map. Oder auf den Bereich, eher gesagt. So, hier sind alle weg. Gibt es irgendwie ein Objekt, was man hier machen muss? Ich gehe mal kurz in die Midlane. Ich glaube, da könnte man gehen. Ach, nee. Da ist irgendwo einer. Ja, wir werden gerade ein bisschen zerstört. Oh, 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 shit. Wir werden mit dem Seil zu überwenden. Nein. Ach, du bist hier so ein Fernkämpfer, ne? So ein Damage-Dealer. Ja, aber Hauptsache, der kann was. Kann was. Der ist gerade über irgendeine Wand gesprungen, der Bastard. Ach so, ja, der kann das. Ja, warum kann er das und warum kann ich das nicht? Weil der Fähigkeiten hat. Ja, aber ich habe auch eine Fähigkeit. Das ist bei mir ein Salto. Warum kann ich denn damit da nicht rüberspringen? Ja, dein Salto. Oh, shit. Oder geht das nur über bestimmte Wände? Das kann ich dir gar nicht sagen. Ja, das war den. Waller möchte Waller töten. Oh, fuck. Ey, ey. Sehr gut, Martin. Ja. Das ist gerade passiert. Was skille ich als nächstes? Ich mache mal hier das. So. Wer ist eigentlich mal von uns oder der Gegner? Wer ist rausgegangen? Einer von uns. Ja? Meine ich. Okay, er hat die Chatte von uns. T, Enter. Enter. Enter, ja. Tatsächlich einer von uns. Wow. Erste Spiel direkt von Tati. Es sind halt echt mal zwei Level über uns und machen uns kaputt. Ja. Sorry, Bro. Ich glaube, ich muss dich da zurücklassen. Ich heile dich. Wow. Oh mein Gott. Ja, hat nicht mehr gerecht. Schade. Vielleicht das nächste Mal. Nice, nice, nice. Mein Tod war nicht vergeben. Der Drache soll nicht länger ruhen. Entfessel seine Macht. Was für ein Drache. Ich nehme ihn mal unten ein. Mach mal. Vergiss ein Gegner. Was mache ich jetzt? Ja, äh. Äh, sterben. Machst du mal fertig. Ich mache sterben. Ich mache sterben. Sollst du da was einnehmen? Ja, ähm, ich... Das ist bestimmt irgendein OP-Champ. Mhm. Hier ist du schon wieder tot. Ja. Also Diablo ist echt ganz schön stark. Ja, die Gegner haben beide Schreine. Wir müssen hier mal irgendwie das eingehen. Sonst bekommst du. Ah, haben wir. Hier sind überall welche von Gegnern. Ach. Hau ab. Nein. Äh, wer war das denn? Oh, jetzt habe ich mir eine Fähigkeit gestorben. Was mache ich denn? Hä? Was war das denn? Ja, mach das dann. So, jetzt aber hier den... Happy Chance mal. Ja, erstaunen. Oh, 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 oh. Oh nein, sein Werk ist noch nicht vollendet. Jungs, ihr macht das mal. Ja, mach mal. Es gibt noch drei Tiere hier in dem Spiel. Da kann man schneller mit zurücklaufen. Ey, Gott, gibt's noch. Was für das? Schwertod. Da war gerade irgendeine Kugel, die ist auf mich draufgeflogen. Oh, Madin. Oder hat sie plötzlich explodiert? Okay. Okay heißt, jetzt geht's los. Jetzt weiß ich's und jetzt sind keine Kugeln. Was auch immer. Okay, Türen, wir haben Munition. Und... Alter, der ist ja hinzelt gestorben. Der ist jetzt gestorben. Hab mal nichts übersehen. Ein Kollege hier. Okay. Ich glaube, ich werde ein bisschen vernichtet gerade. Ach, nur so ein bisschen. Ähm... Ähm... Level sind die schon über uns. Ja, gut. Das haben wir nur davon. Aber... Ja, aber die haben auch echt... Ziemlich viele OP-Champs. Heroes. Wer... Wer... Kein Vergleich zu, Leute machen. Nice. Wer hat ein Double-Kleeve gemacht? Einer von uns? Äh... Ja, der. Ähm... Karazin. Okay. Das sind die Comebacks sind das. Aktiviert die Schreine. Nehmt die Macht des Drachen Rägers in Anspruch. Ah, der Typ ist wieder da. Nice. Jetzt sind sie wirklich die Comebacks. Okay. Schön, dass wir alle nach oben rennen. Klar. So. Jawoll. Ist down. Ja, okay. Hier. Diabolo oder so. Ach, der OP-Champ? Ist Diabolo? Kein Ahnung, weil das ist... Ja, der OP-Champ. Hero. Okay. Nicht Champ. Entschuldigen. Oh mein Gott. Ich komm von hinten. Hier. Ich hab da so ne Ulti gezündet. Ach, äh... Heroische Fähigkeit. Nicht Ulti, natürlich. Jawoll. Jawoll, da ist er down. Wir haben uns die Doppeltöten. Gar kein Ding. Hier kommt der nächste. Er kommt Walla. Hier Walla, hallo, hallo. Ah, so nice. Ach, die kann ja nix. Die kann ja nix. So, auch jetzt hier. Ähm, tot. Also, eine Walla kann hier nix. Also... Ich bin hier. Ja, du bist der Proof. Genau. Beim ersten Game. Beim ersten Online-Game. Oh, die du bist ein, hallo. Die macht hier ein bisschen... Was? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich komm nach oben. Ja, Hilfe. Ferrari. Hier. Hier hast du ein Ferrari. Ähm, naja, gut. Das passt mit Ferrari. Okay. Nicht schlecht. Hab ich nicht. Oh, shit. Die Tosse tritteln sollen. Jawohl. Nice. Weiter geht's, weiter geht's. Erstmal einnehmen. Oh. Boom, eingenommen. Easy. Okay. Ich bohnte dich mal zurück. Also ist noch nix verloren hier, ne? Noch nix verloren. Okay, neues Talent. Nein, ne sterben, ne sterben, ne sterben. Nehmen wir das mal. Haben wir den... Haben wir das große... Nee. Unten ist gefallen. Unten erst. Aber ich bin schon auf dem Weg. Verdammt, unser Heilbronn ist tot. Der hier unten auch. Okay. Ich bin grad gegen Minus. Das zieht mich ganz gut aus. Ich bin grad gegen Minus gefahren. Oh mein Gott. Ja. Das war natürlich... Warum macht der Typ nichts? Oh, wir sind... Hallo. Ah, jetzt haben wir ein Talent. Ich mein' einfach das da. Na geil, der Gegner kann sich jetzt halt steigen. Geh nach unten. Hier bräuchten wir unten ein bisschen Hilfe. Komm nach unten. Von euch wird nichts als Asche üblich bleiben. Ah, wir müssen uns jetzt mal dieses Mistlicht umbringen. Ähm. Die kommen von allen Seiten. Hallo? Was? Oh, der macht hier wieder seinen... komischen Scheiß. Ja, okay. Turm ist down. ULTI! Ja, ja. Ich hab' gerade gegen Minus gefahren. Ho, 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 ho. Nein! Blut rausspendend. Lass' du Blut rausspendend. Ich hab' keinen einzigen Kill. Okay. Danke, Spiel. Für das Kompliment. Also, du bist ja Real-MVP, oder was? Auf jeden Fall. Elf Assists, ne? Elf Assists. Und... EP-Beitrag. 5700. Oh, fuck. Kerrigan hat gerade 2 gegen 1 und 2 wieder getötet. Eikol-Hex. Ich mach' den Zaun jetzt noch ein bisschen leiser. So. Oh, nee. Hier. Was für eine Zitadelle? Ist das der Lexus? Ja, ich glaube. Oh, shit. Oh, shit. Hat der viel Leben. Oh, shit. Okay, wir rennen jetzt hier rauf. Drücken einmal R. Ich kann den machen, glaube ich. Auf geht's. Nee, nee, nee. Doch nicht, doch nicht. Okay. Ich bin leider betreut worden. Der ist aber auch einfach nur OP, der Hero. Das müssen wir auch mal dazu sagen. Der wurde gereckt. Ich nehme mal das hier. So, Zitadelle 100% jeweils. Okay, was ist das? Ähm, Seite 2 Aufladungen. Äh. Das ist noch. Hier kommt so ein Belagerungsgerät. Ach komm, wir nehmen das da. Okay, das ist noch bei einem Helden. Macht erfüllt die Schreine. Entfesselt den Zahn. Oh, Schrein ist wieder da. 30 Sekunden noch. Oh, richtig? Es gibt ja Söldner. Ich fahr gar nicht. Was für Söldner? Ja, irgendwelche Söldner gibt's hier doch. Man kann ja so ein Camp einnehmen. Dann kämpfen die für einen. Hier. Oh, nice. Das ist mir total entfallen. Ach ja, die gab's ja auch. Doch, doch. Ich glaube. Okay. Nice. Ach, hier ist schon doch wieder jemand. Ich dachte, wir können das kurz einnehmen. Ja, mach mal und ich hier, ne? Nehm das ein. Nice. Madin. Ja. Profi, ich glaub, der macht das so ein. Drück einfach alle Tasten und es funktioniert. Ja, der macht das hier. Hier Gott direkt vom Geheimd. Nice. Jetzt machen wir die. Kämpfe ja auch für uns. Äh, ja, wir müssen das Flager einnehmen. Hier. Jetzt können wir für uns. Ja, nice. Ja, auch den Drachenritter. Oh ja. Nice. Oh ja. Das passt jetzt einfach schnell mit Lägen. Damit wir die Beschützung können. Los geht's. Okay, auf geht's. Jetzt töten wir die Habe oder so. Wunderbar. So, los geht's. Jetzt war hier vormarsch. Wir sind schon vor dem Level. Ja. Also, ah ja. Wir waren mal zwei. Jetzt, wo du sagst. Da fällt es mir auch auf. Okay, dieses Ding ist down. Auch die Zitadelle oder Turm oder was auch immer. Ach was, alles das Gleiche. Wir nennen es einfach Fake Inhibitor. Genau. Ich denke mal, das ist eine sehr, sehr prezise Beschreibung. Auf jeden Fall. Oh fuck. Ich mach' erstmal den Heiler. Ah, neue Fähigkeit. Nehmen wir das mal. Was tut mir das bei diesem, keine Ahnung? Oh, ich glaub' wir sollten zurück. Oh ja. Diablo. Da ist wieder Big Boss Diablo. Neues Talent. Was ist das? Ah, hier, guck mal. Kerrigan. Ich mach' mal ein bisschen Stress. Oh, ich hab' jetzt vielleicht mal hin. Das ist nice. Oh fuck. Da ist irgendwer, der macht wegkriegt. Ja, ja. Ja, sag' das so. Ich hab' da schon gepinkt. Ich komm' ich komm'. Guck' doch mal auf die Mini-Mail, du Noob. Ja, was dagegen? Ich spür's. Seit. Nach halben Stunde. Also. Das stimmt ja nicht mehr. Ne, wirklich. Oh fuck. Mach' die Schaden. Ja, die ist ein bisschen hart. Ja, das wird du sagst. Aber. Ja, kein Ding. Ähm. Ja, das ist definitiv ein Okay-Champ. Scheiß bei den Zähnen. Oh shit, oh shit, oh shit. Viel zu okayer Items. Aber ich glaub', ich mach' den. Ich, ich, ich glaube... Oh. Jawoll! Wie gut war das denn? Hast du gut gemacht. Ja, ja. Hast du's sehr gut gemacht. Ja. Willst du, willst du das gekriegt? Ne, ich möchte gerne ein Level-Up haben. Wenn das geht. Warte mal, wir sind ja schon Level-1-20. Da kann man ja gar nichts mehr machen. Bald werden die Schreine erwachen. Nicht? Ne, danach kann man, glaub' ich, gar keine Talente mehr machen. Ach so. Ich hab' jetzt auch irgendwas geskillt, deswegen... ...könne das ein Problem werden. Ich hab' schon so halbwegs durchgelesen. Boah, ich hab' am meisten... Du kannst lesen? Ja, ich kann lesen. Das hab' ich bei der Grundschule gelesen. Okay, wir müssen wieder zurück. Oben ist hier... Oh, da ist man ja gekannt. Ach nee. Der Drahe wartet. Unbesiegt. Hier, schuhe mal nach unten. Ach nee. Was ist denn unten? Ach so. Äh, nee, 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 ich bin weg. Na gut, dann geh' ich mal... Ich halt mal hier die Vasallen auf. Bist du das hier unten? Ach nee. Oh fuck, sind wir schon beide. Okay, wir sind mal hier die Tübe, oder? Naja. Oh fuck, wir waren so kurz davor, das Ding um zu neutralisieren. Aber eben, ja, natürlich nicht. Ach, Jungs. Oh mein Gott, can't be too. Hallo, setz dich mal hin, jetzt hier auf dieses Tier. Ich muss mich daran erinnern, dass ich hier Flash habe. Also, neu anspiele. Natürlich nicht. Fünfte. So, bekomm mal den jetzt erstmal. Ja, vielleicht. Ja, ja. Die bekommen wir schon wieder. Nein, das war ja gar nicht wirklich. Ja, jetzt war da. Sehr gut. Und busy. Hier unten sind noch welche. Pew, pew. Die machen ja richtig Schaden. Scheiß, Katakulte. Ach, Katakulte. Gut, wir holen uns jetzt in Söldnerlager. Dieses von diesen, keine Ahnung was diese Dinger sind. Irgendwelche O-Bahn oder so. Oh, ist doch egal. Die sind ein Level vorne und trotzdem verliehen wir so hart. Ja, die haben einfach auch weiter gepusht, als ihr, denke ich. Stimmt. Ich denke, da liegt das hauptsächlich. Aber jetzt sind wir dran. Ich weiß gar nicht, welches Level haben die Gegner überhaupt? Äh, 21. Nein, ich meine, vom Helden her. Ach so. Ja, dann. Also vom Account. Was ist das für ein Flammenwerfer da? Ja, das ist ja vom Diabolo. Scheiße. Das ist richtig okay. Das nervt ja mega. Zu wem nervt ich dieser Champion aus? Held. Entschuldigung. Held. Nicht Champion Held. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh, ich bin ein bisschen mehr vorne weg. Neue Stufe. Für uns. Entweder die Gegner. Die Schreie erwachen. Da sind die Tanki. Was ist denn das hier? Okay, auf wen gehen wir? Ich brauche mal ein bisschen hier. Ja, ich schmeiße schon. Und jetzt schmeißen wir die Prügel raus. Hier. Dann schmeißen wir die Prügel raus. Jetzt haben sie jetzt schon alles. Oh fuck. Oh fuck. Was ist das? Was ist das? Warum? Oh nein, mir wurde die Prügel rausgespüßt. Hier jetzt. Ja, vierfach Tökel. Ja, sicher. Ja, jetzt, jetzt. Warte mal. Ne, doch. Okay, ich gehe nach unten. Ich dachte. Ne, ach, die Altare sind doch fertig. Nice. Los, Junge. Lauf doch mal. Dann haben wir jetzt auch noch dieses Objective oder so. Ja. Haben wir das? Haben wir das? Ja, wollen wir uns mit Drachenritter? Ja, macht mal nicht. Weil wir ein bisschen stehen. Nein, der Bismarck. Was ist das? Was macht Bismarck? Macht er es wirklich oder? Ich hoffe mal. Ja, er hat die Statue und die Zettel. Und? Ja, wohl. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Ist aber dieses Mist für mich. So, jetzt aber hier unterwegs. Das ist auch wie bei Loll, ne? Ja, das stimmt. Die ist zum Ziehen hier. Unterwegs. Es fehlt Gegner fehlen und dafür hat man Verteidigen. Aber stattdessen glaube ich auch nur ein Ping. Meine bei Loll hat meine nach V. Ah, ne. Aus, zu. Okay. Oh, shit. Ich reite heran auf meinem Viech. Fast down. Ich gehe rauf. Puh, 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 puh. Oh, fuck. Flash. Wo ist dieser Typ, der so viel Schaden gemacht hat vorhin? Los. Warum ist der so langsam? Wollen wir rauf gehen? Okay, wir gehen rauf. Ja, geh mal rauf. Okay, ich bin dabei gestorben. Und ich bin 60 Sekunden tot. Du bist jetzt alleine und musst gegen 5 verteidigen. Ich meine, ich möchte jetzt ja keinen Druck irgendwie aufbauen. Das ist bestimmt so Killguide und will mich jetzt haben. Aber auf den Nexus da aufzugehen. Ich meine, ich möchte jetzt überhaupt nicht unter Druck setzen, ne? Aber das musst du jetzt halten, ne? Also wenn du das jetzt nicht hältst. Ich laufe hier ein bisschen rum. Bist du gekriegt? Nein, da kommt ja, ich juke im Busch. Ach nee, hier sind alle auch mal. Ach ja, gut. Aber immerhin. Sie haben nicht dies hier zerstört. Nein, du hast recht. Sie sind extrem kühlgeil. Ja, siehste. Jetzt müsst ihr aber verteidigen. Ja, das muss ich ja... Ohne euren MVP. Sonja. Hey, Gizmo. Ich glaube, das war es gleich mit dem Gizmo. Toll. Ja, Gizmo ist auch fast so ein cooler Name wie Gido. Und in diesem Herkuliss hier, der ist auch down. Oh ja, sicher. Guck dir mal diesen Flammenwerfer an. Ja, sicher. Oh mein Gott. Überhaupt nicht okay, ne? Überhaupt nicht okay, nein. Niederlage. Ja. Okay. Scheiße. Danke fürs Zuschauen, Leute. Nächstes Mal macht was. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Martin, red mit dir dazwischen. So. Aber du hast das letzte Wort, Martin. Hier war das letzte Wort. Ja. Ja, freut euch auf noch mehr Heroes of the Storm mit Aaron und Martin. Ankündigung. Ansonsten. Guten Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Öl. Tschö mit Öl. Tschö mit Öl.